hallo wie geht's euch eine wendung für heute ist nicht von ungefähr nicht von ungefähr ungefähr glaubt ihr also ich glaube da ihr kennt das wort ungefähr das bedeutet circa aber nicht von ungefähr hat eine andere bedeutung und war ohne nicht ohne grund nicht ohne grund der mann hat ein dicker hat einen dicken bauch nicht von ungefähr der trinkt doch so viel bier man muss den patienten untersuchen nicht von ungefähr der hat doch ein fieber und halsschmerzen oder kopfschmerzen oder lungenschmerz lungen vielleicht nicht aber der bauchschmerzen er hat das alles also die untersuchung kommt nicht von und nicht von ungefähr sein erfolg ist nicht von ungefähr gekommen also er hat viel daran gearbeitet hat er hat viel daran gearbeitet und deswegen hat er auch den erfolg erreicht also der erfolg ist nicht von ungefähr gekommen das war ganz bewusst geplant ein plan die absicht also nicht von ungefähr bedeutet nicht zufällig also ein gegensatz dazu nicht und völlig also ganz total verplant vor geplant der hat eine logische ursache nicht von ungefähr so danke tschüss